ich hab's eingegriffen schön nett zu machen Kevin, Selbsthilfe ja, Selbsthilfegruppe so, kann ich noch eins nehmen eine Reanimator? Alter, Soph du hast auch noch einen D3 Kevin ja, erster Alter so ja, wieder erster ich hab mir jetzt gar keine Mühe gegeben ja warte noch das hab ich das bin ich noch nicht, wenn ich unbedingt sehen gibt's auch was hat am meisten Verbündete geschadet hat am meisten ungewangelt echt? ne ne hat der Witch am meisten Schaden gemacht, die hat nur Witch ja die Kuh, die auf die Party war ach so, die komische Stampe wo hat am meisten Deal mit einer Nagkampfwaffe gemacht ich hab defilator mitgenommen ne ich bin im Ladebildung so so, ich hab es nun wieder meine, das das ist Igel oder Nackt oh, Baseballschläger oder heißt Katana hat am meisten besondere Infizität getötet einen das nehme ich jetzt mit, ah, scheil mich erst mal die Pumpgun mit, äh erstmal nochmal heilen und dann nehme ich einen Defibrillator mit äh, du heilst dich jetzt, zwar taktisch ja, ich nehme ich nehme scheiß drauf warte mal, warte mal schön ich tu mal den Alice noch heilen dann nehme ich noch den anderen Defibrillator ne, ich nehme schon achso, ja, okay, stimmt oh, Tier, das Level habe ich gezockt das habe ich nur mit Katana durchgezockt das ist echt schwer, das hier na, freu ich mich drauf oh, geil, der hat mir lieb mir die Kit getroppt ich geh mal hier die Gasse entlang ich bin, komm mal her hier oben liegt noch ein Defibrill ich hab schon ein Defibrill aber noch einer, weil ich hab grad zum Militär ja, man kann noch nicht zwei mitnehmen ah, Kevin ah, Kevin na, was denn da waren Zombies ich stand, ich hab Kevin mit einem Fackelnader sorry am geilsten sind wirklich immer noch der Schadig, weil die machen echt übelst so geilen Schaden aber du musst mit Nachladen halten ja so ich die meine, Herr Laufmann, ich kenne ich weiß, dass er wird schuldig also wir sind die Medikids echt echt schwer gesetzt oh, hier ist eine Schadig hey, Pumpe und Morderdorf-Kraktel und Medikid, willst du mich nochmal heilen? wenn ein Coach heilen sollen selbst ist da Mann selbst ist da Mann am Anfang habe ich auch immer gedacht Rechtskrieg ist zielen, aber derweil ist das so schlagen ich höre nur mit so Combat Räufe ah, ne, ich bin mir kein Combat Räufe Sport, bleib bei meiner Schadig Brand Muni bitte nimmt mir jetzt niemand das Medikid weg hier ist mal der Fockte oh, das ist meiner ja ja, aber bitte nicht so dumm rumwerfen ne oh, hier ist der Ausgang hier bitte zumachen warum na, falls da Zombies kommen so wie der ok, wo lang tja erstmal wüsste ich gern, wo du glaubst vielleicht wird es hier anbringen vielleicht so ein Ding zu werfen ah, schwerf einmal mal ein Teil Incoming 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 ich weiß nur wie meine Granate ich sag doch doch Zombies an ich bin jetzt hier eingesperrt kacke verdammte da ist ein Widgets direkt vor mir noch von Nein ich hab sie wütend gemacht ich hab sie angeleuchtet ich hab so ich hab so what the fuck what the fuck what the fuck nein aber auch will ich so verfolgen du Lampe ok, sie ist dort Alter Leute, ich hab's ich hab's dir ich hab's dir ich hab' da ne da stand sie haben die Wich aufgeschreckt Die Wich hat sie verletzt ey, dann chill hast du mir die Weg nicht hin nein, aber zu Gast du den den Defri mit geh mal bitte vor oh, jetzt hängt der Chef Coach da ich muss mal den chef coach töten ich bin tot da alles kommt alter lobby bist du da hochgekommen also feld bei erlös im wunderbar Fakal der Torte ich würde sagen erst mal hier noch umgucken auf Flächen was versteckt ist Eure und müssen es ist SMG ich hab gedacht das ist gut das bei der Medikirche ich sehe bei mir ist alles schwarz zu kaum ich habe mir die gefunden müssen rauf julien er hat auch mit dem katana drauf auf das ok da und geldkoppel mit bist du er war eine dapel piste mit ich glaube ganz ehrlich wir werden so genius in der apokalypse wenn es so abläuft wie hier wir werden nicht lang überleben wenn so nur abläuft wie bei working net wird man ruhig überleben aber niemand überlebt immer beinahe und zum der dafür immer und dann sogar muss man ja sterben so abläuft wie vorgesehen so abläuft das Märchen Ort ist die musste mit dem Türen so fett ist in die Gruppe hier in meiner Hand was bisher sagt er auf dem Boden in der Schatten es ist meine Schatten der Entfernung die mit Volumen ich hab mir beim Kontist der irgendwas ein guckt mit überlebender lebende Leute die steht im Schmuck um bei Bonds Marker wenn wohl so ist nicht wohl über lustig für nein was in geworfen Achter und das kann man machen da unterwerfen Marker ist das Problem ja ich wollte engster gar hinwerfen Neuer Tor und so springt nein und wo soll die Zombies da los Orte Schülle rennt zurück rennt zurück wir müssen hier hin ja eine Puppe kommt wird was von erst mal wieder das Licht an machen er ist beim Müll durch Stöbern Medikett ist meint nämlich Schmerzmittel hier ist eine Pipebomb wie sinnlos ich hab'n die Fremad liegt denn da schönes nur ziehe ich hab nur sie das man hier ey Pipebomb oder Molotow Pipebomb da rennt es nämlich alle hin Achtung ich muss sagen die Uzi die haut rein täuscht ihr auch du Wichser Ohhhh ich wollte mich jetzt verarschen Hilfe what the fuck wenn jemand mal töten würde das dreckige Ding ihr dummen Wichser ihr lasst mich einfach sterben blöder Alice du Hurensohn ich glaub das war grad berechtigt dass ich das Ding mitgenommen habe oder was denn hast du mitgenommen Coach mit dem Defi wiederbeleben solchen machen nena oder nee oder nimm mal nimm mal nimm mal mit weil ganz oben im Haus sagt noch ein Defi von mir Coach da hast du Coach ganz oben war nämlich noch ein Defi ich hol den mal noch schnell Alter wo ist der Coach Alter wo ist der wo ist der Coach ich weiß auch nicht die Spur und aber mein anderer Defi ist auch da aber kein Wünscher ohne gefahren und Ato Rado ja klar auf mich Prozent gab es diese Runde die wird noch schwerer zu werden überlebte man es wird verschwärmen keine Sorge aber keine ist nicht meistens den Weg er er wird in den Gärchen kann es damit ja Ohr eine Lärmste sind in der Welt und die Gäste ist gehabt und hab gehabt dachte es gibt auch so warten ist jemand oder so und da kommt doch hin wenigstens ein und jetzt eine Pipe rein das lockt die dann an KM ja und da kommen sie bei uns in Kommen in Mediket so du hast die Kluft äh Tank beschützt mich mal kurz ich muss mich heilen was du das mit Medikmetik Flakia auf der Bank ich meine mitschwelle wo er haben wir auf die Jungs Toilette grüßen Prozent ist musste los man immer wenn ich hier sitzen musst du mich gespannt schulen zumalte bis heute Prozent Kupfung spielst du wir nur hier kommen konnten um alle ich spiele und Leute all die Alkoma die müssen zusammen auf Klo oder einer Kampfpuffer können Prozent 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 von 9 der Fall die Fressen nicht am Torstück getötet wird danach ab Prozent zwei Stiege ist der Tod vor Ort haben wir den Precheisen 3 Thomas wird es wird hier hübsches gefeiert Prozent gegen den Kellerbund Prozent 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 Robots um vor allem Monodorf wir kommen alle von hinten ach ich dachte es ist die Kommen wohl alle von hinten zu tun ja okay ich bin eingegangen sind er ist noch mehr liegt im Punkt und die Sonne Kiste Drogen drin ich habe keine Nachkampen mehr mit zwei Namen alle über die gegen den Körbord ist haben jetzt nicht große Gengenke sie sind ziemlich groß und beim nächsten Mal würde ich auch dabei sein ich schnitt zu viele zu viel Aids ey, das war jetzt irgendwie verböser ich weiß, es tut mir leid für die Leute die Aids haben Krebs ist viel schlimmer Paul vor allem Tittenkrebs das ist wirklich lustig das war genauer als Krebs du hast scheidend Aids ja klar, wie soll aber jetzt werden wir noch wissen, da runter steht es erst nicht so, wenn Coach und Alice runter springt in die Tod so hat man eine Bombe runtergeworfen aus der Säte müssen bei der Runde weiter in Kamen alle Zwecke mit dem Katana vom Wunder ich mach mal Licht dann ich mach mal Licht aus ey, das ist die kelle, mach mal ah, das ist so blöd, die ganzen dunklen Maps, ey, für YouTube hm wo seid ihr? wo seid ihr? das leider ich habe schon noch gespielt hier oben bin ich immer gestorben wir sind Medikit wir brauchten eins ich schalte meinen Coach ich schalte meinen Coach da komm doch, hier ist Decker egal, mach mir jetzt gerade aus, oder ich? Mann, ich schalte meinen Coach ich muss jetzt mal meine Katana nachladen ah, dünnen ist noch ein Medikit jo, heil mal irgendein oh, ich das war für eine Schatty, Alter schutzraum wo ist, hast du Alice geheilt? ne, noch nicht ne, noch nicht einfach, einfach ins Wasser ich bin's Wasser denkste ja ah, dann wird schon irgendwie richtig sein du musst im Wasser bewegst du zu langsam, ey ja, er muss, er muss mir die machen, wie mein Kopf immer springen ich glaube, es ist einfach gerade außen, schlagt ein paar Leute na, Kevin springt neben mir ja gleich sind wir da ah, vorhin nur renn jetzt ja, klar ah, warum rennst du weg? mein Freund ah, das sieht ja schon mal ganz toll aus du hast mein Kumpel getötet das werde ich dir nie verzeihen oh, was hast du gemacht? ich hab's vergessen Julien, duck dich mal, wenn du vorne bist okay dass ich mich doch über deinen Kopf drüber schießen kann okay, ich geh wieder rein wuh I got power ich spiel jetzt mein Kopf wenn ich renne und springe oh, hat er toll, und ich bin hier vorne mit mein Katana ich war an der Kampf oh, hier sind wir die Katze ja, bei mir auch hey, der hat damit getroppt, so ein Pisser da hat ein Medi-Kit getroppt der Typ das Medi-Kit nimm ich mal das brauche ich mal was hat jetzt die Pipe-Pop gebracht Fischer wow, alter du hast jetzt voll zusammengezogen weil ich grad gar nicht das hat's gebraucht ich hab grad gar ja, klar, okay Kevin, ich bräuchte mich nicht komm, ich getrun geht's dir er hat mich ange angesmogt er hat sein er hat seinen Dödel ausgepackt in coming von hinten das war jetzt gar nicht so kacke ist ich sterbe kein Wunsch aber Coach das ist mal das ist so nein ich habe noch mehr aber das war es mal wieder für jetzt und ich habe mir jetzt er und es bleibt so wir sind wieder da und ganz ehrlich ich bin der Beste wieder mal sie ist das auch Stoß bin der Bester ich mag Fische ich mag Fische ich mag Fische und gut da war er klar was gut als der Kalt vom Kurs danke wo ich selbst mit der Beste mein Medikett da ich bin leider mit schon mir und nicht so so macht wie so kräftig die Wütsch ich habe drei Jahre sind haben sich Gott ging sich Geld kennst du musst schnell machen die also ich habe eins um ich habe auch schon die ganze Zeit jetzt wollte ich mich heilen du Wichser das andere noch schnappen ok Moni mitnehmen eine Axt oder Katana Axt oder Katana Axt oder Katana ahhh die Augen dicken Dödel nicht damit Axt hab ich nicht ich habe mich auf SMG Action ahhh hallo 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 ich würde sie lernen gehen wie sie ich weiß schon ich wollte nur was gucken na man schweiß es nicht aber sieht viel versprechen aus aber ich muss ja mal gucken wo was ist wenn guck mal ich hab Fische gefunden halt müssen wir den Räten nennen ich weiß es nicht auch du hast nichts Gutes sagst du jetzt schon oh ja das haben wir vorhin schon gesehen ich würde irgendwas mit Benzin auffüllen wettig mit dir wieder in der Karre ich werde die an doch jetzt sieht aus wie in der reaktor mal ach die schützen uns dieser geld die sind da oben machen selbe taktik wie vorhin erst alle benzin kann ist das zusammen und gemeinsam laufen ich gehe hochsteck mit es schaffen ich glaube wir gehen mal hier schon erstmal oben den benzin kann ist wurde gerade eins angezeigt aber das ist ja nicht aber ihr seid schon alle irgendwo dahinten mein ax ist geil ich mag extra äh ich nehme kart auf ich mach grad nur neukampfecht schon hier ja ich bin das was ich ganz gut schütze ich mir irgendjahr klar ich noch mal wo ich bin irgendwo so ganz weit hinten immer die akkamen und die akk ist ja schlecht aber egal und er kann ja ja warte mal ich bin mal gleich ganz kurz oft wie jeder professioneller youtuber beim aufnehmen bis gleich ja 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 Nein! Nein! äh ich bin wieder da Turing du hast mich gut geschützt ja du bist so ein neuer Garant also inaktiv wenn du aufgabisch trennt und durfte jetzt wieder spornen äh ich hab nochmal extra noch so ein Scheißkanister mitgebracht brenn man nicht voraus bitte hört sich ja wieder so super an oh ja angekacken müsste das oh Hilfe Jockey hm Kevin durch verfolgten Jockey schön dass es mir sagt ach ich habe noch ein medic ich meine als gutes ja da hinten liegen außerdem noch medics na wo zwei stücke ach hab ich gern gesehen äh ich bin schon noch mit ok weil ich nochmal als nächstes immer die hin erstmal die hin doch nehmen weil es ja weiter weg ja mein axt in die hand ihr vetter dodge schicken goldschläger muss man so ein irgend so ein zorni des team äh ach und jockey aha alles aber irgendwie stellen uns jetzt hier besser an es klingt nach zwei tanks wollt ihr ein verarschen ok der erste stone ich muss schon sagen wir zwei Tanks Auro Projekten du Sack okay das dort war er ist er gebrannt mal kurz okay du bist irgendwo hin gerannt ich bin beim Dings tut mir leid wenn ich es ist frage ob er hat mich ins Mikro nein war da ja hilfe ich hab ein defibrillator gefunden oder wo ich bin sie jetzt die ganzen ja ich weiß ein wie es aussieht um mein bein seine gummische schwanz da geschlingelt ein einfach knalllos ins Gesicht schießen ich hoffe der Marker nicht ich hoffe der Killing Fühler okay ich habe einen schockt vor allem okay neulich heilen du sagst man einfach rennen er der Zeitkart vollgebracht ich habe ich habe in der den Kanister wir haben können es doch das ist das ist das ist das ist das ist das ist das abgabbar und wer sei mit dem ich darf das mal alles näher rein ne ich mach mal am das macht ich wenn es macht ich oder halt du wenn wer hat auch finden ich werde ich werde sagen dass ob das wir wollen einmal ich einmal du einmal ich einmal halt dass man nicht erst immer hin und herren müssen das war immer gleich sie ja gar nicht mehr so viel jetzt ich weiß nicht in Wien können wir keine Abkürzung nehmen nach unten dass er nämlich auch im Schutzbereich von den Leuten klar doch wieder wieder nicht 1 2 3 4 die Welt schafft die da aber vor mir ist die jetzt starten müssen wir das mal jetzt genau gucken mit die letztes mal ach weg damit mit den Schildern er war dann weiter komm schnell bevor die Welt noch anfängt da sind da saß okay das wir haben so klein 6 okay noch zwei händler sind die da hinten war aber vom Prozent 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 die der Fischung ballern von den Kanistern weg ja ich bin ja schon beim Niemann soll über ein Kanister doch und wird es macht noch mal geklappt die Friedrich Nordrhein-Western ist schon mal vor mit den übel zu die Flügel hat schon mal aufgefallen Achtung nicht runtergehen ich habe alles verfolge fläten geflämt okay er kommt erst mal niemand hoch ja es kommt niemand hoch er schon mal Hilfe bitte wo man raus bitte vor der Tür ein Foto umgerannt er fragt nein wir dürfen nicht verlieren okay 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 ich bin ich bin wie die Chinesen bei Dings okay ich wir haben wir haben übel ziel defibrillator auf der map Ohr netzschau wieder der Wichser der Kerner kann man kann kommt zu mir kommt zu mir ja du hast weniger Leben als ich okay einfach einfach die Leute lassen einfach alles so dass er bedient die Kacke nehmen okay ich will ein immer abwechselnd haben wir gesagt nicht rumschießen am besten einfach nur hat die Leute schlagen in Charter ich möchte sagen so ein gutes Team ja wir sind relativ schnell für das erste Mal der letzte jetzt so Brücker jetzt so Brücker Eisenmähti Medikin so liegt die Medikin beide weiter weit schon komm her Alter da kommt ein Hand doch und ein Tank na los du scheiß Brücker okay Brücker ah Mist unser Auto los ach das hat jetzt gebrochen hat schon zu Rennungswagen und jetzt weil es wird noch jetzt haben wir noch wollen Fackelträger ich auch die Überlebenden konnten fliehen hey hey ich würde sagen okay ich würde sagen ciao ciao bis zum nächsten Mal ja tschau